Individualisierte Bandchirurgie am Knie. Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios-Gesundheits-Podcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Heute geht es um Ihr Knie. Durch einen Unfall oder einfach nur durch einen Ausrutscher kann es passieren, dass die Wucht auf das Knie so groß wird, dass Bänder reißen. Gerne das vordere Kreuzband und dann auch gerne das Innenband. Was macht man dann? Wie repariert man das? Wie lange dauert das? Darum geht es jetzt. Bei mir ist Privatdozent Dr. Peter Behrendt. Er ist Oberarzt für Sportorthopädie in der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sportorthopädie an der Asklepios-Klinik St. Georg. Sein Schwerpunkt liegt in der gelenkerhaltenden Kniechirurgie. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Behrendt. Herzlichen Dank, Frau Kader. Freut mich, dass ich hier sein darf. Erklären Sie uns doch, Sie haben ja schon auch so ein Modell in der Hand. Welche Bänder hat das Knie? Worüber reden wir da? Ja, am Kniegelenk gibt es in der Tat eine ganze Menge Bänder, weil der Unterschenkel, der ist sehr flach, während der Oberschenkel rund ist. Das heißt, eigentlich passen die beiden Knochen gar nicht so gut zueinander. Das ist ein bisschen so, als würde man ein Ei auf der Spitze versuchen zu balancieren. Und dafür gibt es eine ganze Menge Bänder. Es gibt vor allem zwei Bänder, die wahrscheinlich die meisten schon mal gehört haben. Das ist das vordere und hintere Kreuzband. Das vordere Kreuzband hat einen Verlauf, als würde man die Hand in die Hosentasche stecken. Und das ist das rote Band in diesem Modell. Das hintere Kreuzband läuft wie ein Kreuz dazu, deswegen auch Kreuzbänder von hinten aus der Kniekehle kommt. Und das vordere Kreuzband, das stabilisiert unser Kniegelenk vor allem in der Form, dass der Unterschenkel nicht nach vorne rutschen kann. Und das hintere Kreuzband macht Ähnliches, verhindert, dass der Unterschenkel nicht nach hinten rutschen kann. Aber, und das Entscheidende ist, das vordere Kreuzband stabilisiert unser Knie vor allem in der Streckstellung. Und wenn wir gehen oder Sport machen, machen wir das meistens strecknah, also mit dem geraden Bein. Und da reißt häufiger das vordere Kreuzband. Das hintere Kreuzband stabilisiert das Knie eher in tiefer Beugung, also wenn man das Knie 90 Grad gebeugt hat. Und da gibt es nur ein paar besondere Unfallmechanismen, die dazu führen, dass das hintere Kreuzband reißt. Und was eben entscheidend ist, es gibt nicht nur die Kreuzbänder im Inneren des Kniegelenkes, man kann das an diesem Modell vielleicht erkennen, dass die beiden, das blaue und das rote Band, dass die im Inneren des Kniegelenkes sind. Aber Sie müssen sich vorstellen, außen um das Kniegelenk wie so ein Vorhang gibt es eine Vielzahl von Kapselstrukturen und Bändern. Da gibt es das Innenband und das Außenband, die auch als Bandkomplexe zu verstehen sind und die zusammenarbeiten mit den Bändern im Inneren. Und dann gibt es auch noch Muskeln, die das Knie überspannen und die auch mit diesen Bändern zusammenspielen. Und deswegen heißt dieser Podcast ja auch Individualisierte Bandchirurgie, weil Sie erkennen schon, es gibt eine Menge Bänder. Und wenn man sich ein Band verletzt, dann häufig nicht nur eines, sondern eine Kombination. Und das macht dann eben auch den Reiz auf der einen Seite, aber auch die Herausforderung aus, das adäquat zu behandeln. Wir hatten uns ja einen Beispielpatienten überlegt, einen Sportler, Anfang 20, wenn ich mich richtig erinnere, der sich das Knie verdreht. Und da hatte sich in unserem Beispiel das vordere Kreuzband gerissen und das Innenband, ne? Genau. Also das vordere Kreuzband ist sicherlich die am häufigsten operativ versorgte Bandstruktur am Knie, aber das Innenband ist eigentlich die am häufigsten verletzte Struktur. Und die Kombination aus beiden, vorderes Kreuzband und Innenband, das ist die häufigste Kombinationsverletzung. Also das ist eine typische Kombination von Bandverletzungen. Jetzt stellen wir uns mal vor, während das passiert, das merkt er gar nicht, am nächsten Morgen ist das kniedick, tut weh und er kommt zu Ihnen. Sagen Sie dann, ja klar, sehe ich von Weipen, machen wir jetzt? Oder wie gehen Sie mit ihm um? Also die Patienten kriegen eigentlich immer ein Röntgenbild primär, um auszuschließen, dass irgendwie ein Knochenbruch vorherrscht. Weil das kann man dem Kniegelenk häufig gar nicht ansehen, ob vielleicht der Knochen doch auch gebrochen ist. Und wenn der Knochen nicht gebrochen ist, dann ist es in der Akutsituation häufig nicht so einfach, das Knie zu untersuchen, weil es weh tut. Aber häufig kann man es schon nach einer Woche deutlich besser untersuchen. Und die Diagnostik, die die Patienten dann in der Regel bekommen, ist eine MAT-Untersuchung, also eine Kernspinn-Tomografie. Das ist eine Untersuchungstechnik ohne Röntgenstrahlung, die aber sehr gut die Bandstrukturen des Kniegelenkes zeigt. Das dauert in der Regel so eine Woche, bis man da einen Termin hat. Dann sehen wir uns wieder. Und dann kann man das Knie sehr gut klinisch auch häufig untersuchen und das MRT angucken dazu. Ja, es geht ja auch darum, eine Strategie zu entwickeln. Und ich glaube, da sind die Ansprüche sehr unterschiedlich, oder? Ja, also wenn Sie bei mir in die Sprechstunde kommen, dann ist mir die klinische Untersuchung extrem wichtig. Weil Sie müssen sich vorstellen, das MRT ist eine statische Untersuchung. Ihr Knie liegt in einer leichten Beugestellung und es wird eine Momentaufnahme gemacht. Und in dieser Momentaufnahme können Sie auf Instabilitäten rückschließen. Aber in der klinischen Untersuchung können Sie tatsächlich Instabilitäten untersuchen. Und deswegen ist, glaube ich, die klinische Untersuchung so entscheidend, um diese Instabilitäten klinisch tatsächlich herauszubekommen. Und die haben eine extreme Bedeutung für unsere Strategie der Versorgung. Operieren wir sofort, operieren wir im Verlauf und wie genau würde man vielleicht operieren oder vielleicht auch nicht operieren. Ja, das ist jetzt aber spannend. Wieso muss man denn nicht operieren? Also man muss sagen, wenn wir jetzt mal beim vorderen Kreuzband bleiben, weil es einfach eine häufige Verletzung ist, dann muss nicht jedes vordere Kreuzband zwingend immer operiert werden. Also es kommt sehr auf den Patienten an. Was ist das für ein Patient? Wie alt ist der? Was macht er für einen Sport? Das heißt, wie ist sein funktioneller Anspruch? Der Anspruch kann auch beruflicher Natur sein. Und basierend auf diesen verschiedenen patientenspezifischen Faktoren überlegen wir dann, ob es eher sinnvoll ist, das Kreuzband vielleicht zu ersetzen durch eine Bandplastik, was mehr Stabilität bringt. Oder ob es vielleicht ein Patient ist, der auch ohne Kreuzband, das Kreuzband verschwindet in der Regel nicht, sondern es vernarbt. Und da gibt es Patienten, die durchaus auch mit einem vernarbten Kreuzband sehr glücklich werden können. Das sind dann vielleicht eher die Patienten, die etwas älter sind, die vielleicht nicht so einen Sportanspruch haben oder beruflichen Anspruch haben. Und die können aber auch zufrieden werden, ohne eine Ersatzoperation des vorderen Kreuzbandes. Hat ja unser Beispiel Patient auch noch einen Innenbandriss. Ist es da auch so, die Alternative so lassen, wie es ist oder ersetzen? Also hat das eine andere, wie soll ich sagen, Dynamik als das vordere Kreuzband? Ja, also es ist erstmal so, man muss unterscheiden, ist es ein akuter Innenbandriss, also ist der vor wenigen Tagen passiert, oder ist das eine Innenbandinstabilität, die der Patient vielleicht schon seit mehreren Monaten hat. Wir bleiben mal bei einem akuten Fall und vielleicht bei einem jüngeren Patienten. Und da ist es so, dass das Innenband eine recht gute Selbstheilungstendenz hat. Und es tut aber blöderweise häufig weh. Und die Schmerzen führen dazu, dass die Patienten Bewegungseinschränkungen entwickeln. Und deswegen machen wir es häufig so, dass wir die Innenbandverletzung primär erstmal konservativ behandeln. Das heißt, der Patient wird erstmal gar nicht operiert, sondern macht Physiotherapie, Lymphdrainage, bis das Kniegelenk gut beweglich ist, bis der Reiz raus ist, bis es nicht mehr dick ist und im besten Fall das Innenband konservativ geheilt ist, also ohne Operation. Das dauert in der Regel so sechs bis acht Wochen. Und dann kann man eine Ersatzplastik des vorderen Kreuzbandes machen. Und dann sehen wir uns aber nach sechs Wochen nochmal zur klinischen Untersuchung, also wieder Stichpunkt klinische Untersuchung und gucken, wie es die Stabilität des Innenbandes und wie zufrieden oder nicht zufrieden ist auch der Patient. Könnte es dann sein, dass der Patient sagt, das dauert mir alles viel zu lange, lieber ein Ersatz des Innenbandes, weil ich dadurch Zeit spare? Oder ist das ein Irrtum? Ja, also nee, das ist kein Irrtum. Insbesondere, wenn man einen ambitionierten Sportler hat, dann sagt der häufig, ich möchte eigentlich schnell operiert werden, weil dann starte ich ja auch früher mit meiner Rehabilitation. Und das ist aber unter Umständen ein Trugschluss, weil man durch die verfrühte Operation möglicherweise ein Risiko hat, dass man nach der Operation eine Kniesteife entwickelt. Also man muss immer sich klar machen, die Operation ist der Startschuss einer Behandlung und danach kommt die Rehabilitation. Und die Rehabilitation ist mindestens so entscheidend, wenn nicht sogar noch entscheidender, wie die Operation. Und wenn die Rehabilitation verkompliziert wird durch eine Bewegungssteife, dann hat der Patient möglicherweise gar nichts gewonnen. Und das ist sicherlich etwas, was so in der ersten Sicht erstmal vielleicht nicht so einfach zu verstehen ist. Und was wir dann aber in unserer Beratung versuchen, klarzumachen, dass man besser fährt, wenn man das Innenband, wie in unserem Fall, jetzt erstmal konservativ behandelt und dann zweizeitiges Kreuzband macht und dann quasi am Ende der Patient mit dieser Behandlung besser fährt, als wenn man alles sofort operiert hätte. Dann tun wir mal so, als wären wir jetzt bei dem Schritt, das vordere Kreuzband zu ersetzen, durch diese Plastik, von der Sie sprechen. Womit ersetzen Sie das? Also es gibt verschiedene Bänder. Erstmal nehmen wir in der Regel, wenn es jetzt der erste Riss des Kreuzbandes ist, körpereigene Strukturen. Und zwar gibt es unterschiedliche Bänder, die man nehmen kann oder sehnen. Man kann zum Beispiel aus der Kniestreckersehne, der Quadrizepssehne, ein Band präparieren, mit dem man das... Hinterseite, Oberschenkel. Das ist die Streckseite, also vorne auf dem Oberschenkel. Vor der Seite, Oberschenkel, ja. Genau. Und daraus kann man ein Band präparieren, das, wo dann spezielle Implantate fixiert werden, das sind so Fadenkonstrukte, mit denen man das Vorderkreuzband ersetzt. Denkbar ist auch, dass man eine Oberschenkelsehne nimmt von der Rückseite des Oberschenkels. Und denkbar wäre auch, dass man die Kniescheibensehne nimmt, die Patellarsehne, also die Sehne zwischen der Kniescheibe und dem Unterschenkel. Und welches dieser Bänder man nimmt, das hängt wieder sehr von dem Patienten ab. Was macht er für Sport? Was hat er für einen Anspruch? Was hat der Patient für Begleitverletzungen? Hat man da eine zweite Baustelle, dadurch, dass eine Sehne entnommen wird? Also tut das weh? Ja, wir nennen das Entnahmemorbidität. Also hat der Patient vielleicht Probleme danach? Und man muss sagen, in der Regel kommen die Patienten sehr gut damit zurecht. Es gibt aber ein paar Ausnahmen, bestimmte Sportarten zum Beispiel, wo die Patienten zum Beispiel Beugekraft im Oberschenkel brauchen. Und das sind dann vielleicht Patienten, wo wir eine Sehne aus der Rückseite des Oberschenkels nicht nehmen, um diese Beugekraft zu erhalten. Also wir machen uns schon sehr genaue Gedanken, welche Sehne, welches Transplantat für den einzelnen Patienten am ehesten geeignet ist, damit er möglichst zufrieden wird damit. Ja, ist es denn so, dass man, ich habe so einen Spruch gehört, forgotten nie geht nie, stimmt das? Also ist es so, dass man wirklich zufrieden sein kann? Ja, also forgotten nie wäre ein Zustand, wenn man jetzt zum Beispiel für unser Patient operiert, wurde konservativ vielleicht das Innenband behandelt, danach das Vorderkreuzband ersetzt. Und nach einem Jahr sieht man den Patienten noch mal wieder in der Sprechstunde. Und wenn der Patient einem dann berichtet, dass er sein Knie eigentlich gar nicht mehr unterscheiden kann von einem gesunden Knie, dann ist das natürlich das Beste, was einem so, was dem Patienten passieren kann, aber was einem auch als Operateur oder Behandler glücklicher kann man eigentlich nicht sein. Aber dieser Zustand ist in der Tat nicht einfach zu erreichen. aber es gibt umfangreiche Nachuntersuchungen nach einem Jahr, nach fünf Jahren, auch Langzeitnachbeobachtungen, die zeigen, dass man nach so Bandoperationen, speziell auch des vorderen Kreuzbandes, sehr gute Ergebnisse erzielen kann. In dem Sinne, dass die Patienten auch wieder zurückkehren in ihren Sport, in ihren Beruf oder auch sogar Wettkämpfe wieder machen können. Das heißt, man kann schon sehr gute Ergebnisse erzielen, auch wenn die Patienten vielleicht doch wissen, dass ihr Knie operiert wurde. Wie sind da die Zeitläufe? Also so kurz gesagt, Krankenhausaufenthalt, danach Gehstützen vielleicht, danach Reha. Ja, also wenn die Patienten in unserer Sprechstunde waren, werden sie vorbereitet und kommen dann zum Operationstag ins Krankenhaus. Dann führen wir die Operation durch und dann bleiben die Patienten in der Regel für zwei Tage im Krankenhaus. Und dann werden sie entlassen und machen eine ambulante Reha. Und das hängt sehr davon ab, was war alles verletzt beziehungsweise was ist operiert worden. Wenn es eine isolierte Verletzung des vorderen Kreuzbandes ist, dann lassen wir die Patienten relativ schnell wieder belasten. Also so ab der zweiten Woche dürfen die Patienten schrittweise anfangen, wieder voll zu belasten und sind dann häufig nach zwei, drei Wochen eigentlich wieder gehfähig, ohne unter dem Gehstützen. Wenn man aber beispielsweise den Meniskus mitversorgt, also eine Struktur im Knie, die eine recht träge Heilungstendenz hat, dann müssen die Patienten häufig entlasten, sprich an unter dem Gehstützen gehen. Und das verzögert dann die Rehabilitation, insbesondere die Phase, wo man mehr machen darf. Und wann wieder arbeiten und wann wieder Sport im Schnitt? Ja, wieder arbeiten hängt natürlich davon ab, ob man körperlich arbeitet oder am Schreibtisch. Am Schreibtisch arbeiten kann man in der Regel so nach acht Wochen wieder. Wer körperlich arbeitet, da dauert es auf jeden Fall länger. Und wieder Sport machen, da zeigen uns Nachuntersuchungen, dass die Patienten häufig so nach neun bis zehn Monaten wieder in ihrem Sport sind. Und wir sprechen jetzt nicht von dem Berufssportler, sondern von dem ambitionierten Freizeitsportler, der zum Beispiel gerne wieder Fußball spielen möchte. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Bitte. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!